Da ist er doch daheim, Sonja. Komm, man braucht's. Was hast du denn mal? Oh nein, er ist da ein Schloch aus der Du... Brauchst du die Tür? Brauchst du die Tür oder was? Nein, nein, natürlich. Ich brauche einen Hammer oder was? Hinter dir liegt er da. Mollfleisch, hab ich am liebsten. Ein Kiegel, ein Haxen. Geht das auf die Zeug? Ich hoff's doch mal. Gebt ihr mal einen Schnaps? Gebt ihr mal einen Schnaps? Gebt ihr mal einen Schnaps ein, dass der Zühlwasser hat? Schau dir, zehn Jahre hast du Zeit. Da ist kein Nagel mehr drin. In zehn Jahren ist ein Nagel mehr drin. Jetzt holen wir einen Schnaps. Das ist ja noch. Wo haben sie denn wohl einen Schnaps? Wasser, genau. Zühlwasser. Zühlwasser. Dann ist es besser nicht. Gern ein Wasser. Oder später Wasser. Jetzt. Das wird's schon wahrscheinlich mit. Ja, ja, machen wir jetzt voll. Schauen wir's noch mal drinnen. Wie wichtig's? Weil gut der war. Ja, alle trinken. Ja, alle trinken. Ja, alle trinken. Schau dir mal drinnen. Wie ist das so? Ja, alle trinken. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Schau dir nicht. Jeder derze Nägel stellt da, eines deiner nächsten Lebensjahr. Du haust jeden Einzelnen hinein. Bleibt er gerade, hast du Schwein. Wird er grummt, gibt es auch viel Trara in dem entsprechenden Lebensjahr. Ja, wird gewiss grummt. Es geht noch weiter. Jeden Einheimen. Oh, ey. 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 Jetzt muss ich mal an trinken, danke. Wir werden beim zweiten noch hoch. Ich bin zu gut, gell? Das ist ja sogar mit zwei Enden. Schau mal die Dicken hier an. Nein, nein, ich kann das mit der Spitze machen. Ich bin zu gut, gell? Nein, da hat sie sich gar so ärgert. Echt? Ist ein Dr. 40? Ja. Trinkst du dir mal wieder zu Wasser? Ich bin zu gut, gell? Nein, nein, nein. Was gibt's? Ja, du hast den Endkau. Ja, du hast den Endkau. Ja, du hast den Endkau. Schütz ihn mal allein gleich. Nein, trinken, 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 trinken. Ich hab einen, weil du, wenn er krumm wird. Der ist nicht krumm, der Herr in den Endkau. Ja, aber der Endkau da ist. Ja, der muss den Endkau runterhalten. Ja, der muss den Endkau runterhalten. Hallo, oder wo ist es denn? Du brauchst den Schraubschnapp. Ja, oder? Ja, grüß dich nicht. Schraubschnapps. Auf geht's, weiter geht's, Alja. Ja! 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 Ja, ja. Ich hätte jetzt gerne mal an meiner Seite meinen Taten können, so schaut es euch schon mal aus. Zur Unterstützung. Wir feuern dich an. Jetzt musst du den Hammer rumdrehen. Wir haben hier mit. Hey, hey, hey. Sonja, 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 Sonja. Du bist so ein bisschen wasser, oder? Oh nein, 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 nein. Guten Tag. Oh, Tika. Oh, Tika, du hast ja noch. Tika, du hast ja noch achtet. Tika, du hast ja noch achtet. Oh, meine Lieben. Ja, die Pfarrer, das wird dann nicht geschafft, das ist alles raus. Ja, das sieht man nicht so. Ja, das sieht man nicht so. Das hat mich sofort, ey. So, und jetzt schon. Ruhe, jetzt kommt dann erst das Schönste. So, das hast du gut gemacht. Hast jeden Nagel reingebracht. Noch viel besser wird es nicht. Und die Moral von der Geschichte, pass auf, wir hoffen, böse bist du nicht. Denn vor deinem Nägeltreiben bestand der Stamm noch aus zwei Scheiben. Innen drin ist eine Kammer, die du verschlossen hast mit dem Hammer. Und damit du lange an uns denkst, ist darin dein Geschenk. Und nicht nur Taschen, sagst du. Ja, viel. Das ist so lustig. Ach, das hat gar keinen Sinn dazu. Ach, das ist so lustig! Ja, das ist so lustig! Und damit dein Oster ... Ja, das sind jetzt auch so lustig. Ja, genau, Eichsen und Lader. Volles Rauscht! Da ist ein Briechwissgmütz. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich rausfrenge. Das ist die Lana. Hat das sich gemein? Nein, das ist ja so. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Auf den großen Bruder, damit muss ich dir jetzt auszutreten. Ja, nein, nein. Das ist mal später. Das ist ein Ege. Das ist nicht, dass der Engel am Großen rauskommt. Das ist ein Ege. Du musst so nassstricken. Na, das kommt zu. Ich hab's nicht alle gebrochen. Ich hab's nicht alle gebrochen. Später. Jetzt muss ich ab. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Na, hey, hey. Du hast jetzt auch so viel gebrochen. So? Mit Sicherheit und eine Öffnung. Jawohl. Schatzi. Schatzi. Brühe mal, wo's schmäler ist. Schau doch mal her. Brühe mal, wo's schmäler ist. Ja, hallo. Ja, hallo. Hä? Ja, hallo. Ja, hallo. Ein Fichtenmoppet oder alles? Nein. Nicht, dass du das echt aufmachen willst. Ich frage nicht, also jeder. Schau doch nicht, wenn's schälen. Ich muss aufmachen. Ja, ja. Ist da der Stippe da drin oder was? Nicht, dass da gar nicht zu spät eine Stunde eingeschürt wird. Was passt da wohl rein? Ja, stell dich vor, dass das Wertfalls nicht zu spät. Ich steu dich vor aufmachen, weil das, was drin ist, das verbrennt. 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 Nein, wir rum. Jetzt ist das teuer, oder? Das ist alles da drin. Das ist alles jetzt da drin? Ja, grün ein Schaf. Ja, man kann's ja ungären, wenn man nicht. Das wäre auch hier schön. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich schaff's zu schön. Also, ich schaff's mal nicht.